Ich bin Thomas Meiermann und Nico Capron und alle fliegen Flugzeuge mit Firma Composite RF. Das sind also von einem Hersteller, der sich auf fast fertige Modelle im Grußformat und im High-End-Bereich spezialisiert hat. Und hier vorne sehen Sie als erstes die dunkle blaue Corsair vom Andreas Ruppert. Und diese Corsair hat im Modell, wie dem original nachempfunden, sogenannte Klappflügel. Aber als erstes müssen wir den Markus Hummer hinausrollen mit der AT6. Und dann folgt ihm der, das müsste der Thomas Norman sein, mit der P47. Dann kommt der Nico Capron mit der D47 und dann noch der D47 mit der Klappflügel Corsair F4U. Und bei den Thunderbolts, bei der D47, sehen wir wieder vorne eine sogenannte Razorback und dann hinterher eine Bubblehead mit der Aufschrift TAHEEL HELL. Das Flugzeug ist nachempfunden am Original in den USA. Und zwar ist ein weicher Amerikaner, der hat sich eine P47, sondern wurde restaurieren lassen. Und der Rudermann war Südstapler und die Südstapler wurden bezeichnet als TAHEELS. Weil, wenn sie durch die Appalachenrichtung Norden marschierten, immer in den Gebieten naturvorkommende Teerfelder handeln. Und damit diese Hacci-Rafine geht. Und dann... ...dass sie durch die Nase aufschönen, dass sie zurückzieht, ihre Verkaufel, ihre Verkaufeligen, ihre Verkaufel, ihre Verkaufelung, ihre Verkaufelung und ihre Verkaufelung... Wie gesagt, aus der Italien her, das ist eine restaurierte Kinovorsitzung. Ja, das ist gut, diese konkurrenzene F-Modelle. Man kann sie, obwohl sie sehr groß sind, mit 3,10 Spanke. Man bekommt es immer hin, dass die Kinovorsitzung uns da zu viel oder auch nicht. Die Kinovorsitzung. Man kann sie, dass die Kinovorsitzung uns da zu viel. Die Kinovorsitzung. Also, ein ganz guter Kinovorsitz. Ja, das ist richtig, wie die Kinovorsitzung aufgeräumt. Die haben das von Andreas nach Vorra gemacht. Sehr schönes Flugzeug. Das ist ein richtig, das ist eine gute Kinovorsitzung. Ich muss natürlich hinzuleben. Da kommt ja wieder ein, dass viele Kinovorsitzungen in der Kinovorsitzung drin sind. Da haben wir einmal die Kinovorsitzung und die Kinovorsitzung und die Kinovorsitzung. Die Kinovorsitzung derpolitik ist immer weiter. Da kann man dann so ein bisschen raschieren. So, ein�her kommt rein. Ja, da hat noch ein Trainer, die hat hier sechs Kampfs. So, Butterwein, auch jetzt. So, Butterwein, auch jetzt.